Willkommen zu einem ganz kurzen knappen VMAX TV Kompakt. Heute ein kleines Technik Video, was ich euch mitbringe. Ja und ich bin jetzt fast 2200 Kilometer mit dem VW T-Cross unterwegs gewesen und habe dabei sowas festgestellt. Das ist eine Funktion, eine geheime Doppelfunktion der View-Taste, die ich euch heute einmal zeigen möchte. Die View-Taste, ihr kennt sie alle, ist seit ein paar Jahren am Lenkrad eingezogen. Die View-Taste ist am Lenkrad, auch wenn ihr nicht das Digital Cockpit habt. Früher hieß es Active Info Display, von dem Namen ist man weggegangen, nennt es jetzt Digital Cockpit. Mit dieser View-Taste hat man dem User, dem Fahrer so die Bedienung des digitalen Tachometer so ein bisschen erleichtert und hat ihn wirklich so ein bisschen aus der Technik-Freak-Ecke rausgeholt. Über die View-Taste, das kennt ihr alle, könnt ihr euch eure Grund-Setups des Tachometers ganz individuell einstellen. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Funktionen. Wir haben die klassischen Tachoringe, wir haben eine technische Ansicht und wir haben eine Ansicht, wer das möchte, der kann sich dann die Navigationskarte in das Tacho holen. Ja, aber es gibt noch eine andere Funktion, die ist eigentlich auch bekannt. Dafür müsst ihr nämlich in das Radio gehen und könnt euch in den Tuben oder halt in den anderen Ansichten rechts und links diese Zusatzinformationen ganz individuell einstellen. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf die Tuben, da sieht man das vielleicht am aller allerbesten. Ja, und wer das machen möchte, der muss hier ganz einfach unter K gehen bei unserem Modell und dann habt ihr hier unter Auswahl, ich hatte es jetzt schon offen, verschiedene Unterpunkte. Normalerweise habe ich hier immer die Funktion des Kraftstoffverbrauchs, die Reichweite. Das ist immer so meine Ansicht, aber ihr geht auf Auswahl, geht dann unter Active Info Display, da heißt es nämlich noch nicht Digital Cockpit, da ist wahrscheinlich noch die alte Software drauf, denn wir haben hier noch den MIB2-Baukasten des Infotainments, aber das spielt keine Rolle, das geht auch bei dem Dreiersystem so und wenn ihr hier drin seid, habt ihr hier eure Grundlayouts und könnt euch eure Grundlayouts einstellen. Wer gar keinen Bock hat, geht einfach auf Auto, das ist alles bekannt, oder dann halt auf Klassik, da habt ihr wirklich so den ganz klassischen Tachometer und unter Ansicht 1, 2 und 3 könnt ihr euch individuelle Profile abspeichern, bis hierher auch alles ganz easy und alles bekannt, mit so einem kleinen Wisch hier ändert sich das dann im Tachometer auf der linken Seite oder auf der rechten, je nachdem, was ihr da eben drin haben wollt. Ich mache jetzt einfach mal links die Navigation, rechts die Fahrassistenten, ja und das speichere ich mir ab, indem ich einfach auf Ansicht 2 zum Beispiel tippe, halte diese Ansicht ein bisschen gedrückt und jetzt hat er sie gespeichert und dann kann ich jederzeit meine Layouts wählen und ihr seht das jetzt, wie das hier hin und her springt im Tachometer und sowohl hier im Radio. Allerdings gibt es ein riesengroßes Problem, wenn ihr mit dem Fahrzeug fahrt, habt ihr nicht Bock in dieses Untermenü rein zu switchen, zumal ich persönlich ja dann meistens meine Fahrdaten anhabe oder du hast halt deine Navigation an und da hast du gar nicht den Nerv dann ständig irgendwie so, dir jetzt die Tuben da individuell zu konfigurieren. Über die View-Taste die große Grundansicht jederzeit möglich, aber jetzt kommt diese kleine, feine, geheime Funktion der View-Taste. Ganz einfach, ihr haltet diese View-Taste während der Fahrt drei Sekunden gedrückt und dann seht ihr das jetzt im Tacho, habt ihr eure Ansicht, die ihr vorher im Radio habt, ebenfalls hier in der Multifunktionsanzeige und könnt dann ganz individuell eure Ansicht wählen, die ihr euch vorher im Tacho als Grundsetup eingestellt habt. Das finde ich wirklich eine praktische Funktion. Ich war jetzt schon oft mit dem T-Roc unterwegs und habe es wirklich erst bei Kilometer 1800 festgestellt, dass es diese Funktion gibt. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, dir bringt diese Funktion bei der nächsten Runde mit deinem Volkswagen so ein kleines bisschen Mehrwert. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du die nächste Ausgabe VMAX TV wieder einschaltest, natürlich hier oben die Glocke drückst, den Kanal abonnierst, ja, und dann beim nächsten Video einfach wieder dabei bist. Also ich sage danke, ciao und bis später.